Ein weiteres Produkt-Highlight diesen Jahres ist unsere neue C-Klasse. Das heißt, das sind Lüftungsgeräte, die vorkonfektioniert sind für verschiedenste Anwendungen. Das CFL-Gerät ist ein Flachgerät, das für die Unterdeckenmontage mit einer sehr hohen Energieeffizienz und Wärmerückgewinnung konzipiert wurde. Des Weiteren haben wir neue Kompaktgeräte im Programm, aber ich möchte Ihnen hier noch ein Produkt zeigen. Unser Großraumlüftungsgerät, das speziell in der Anwendung zum Beispiel für Klassenzimmer hohe Energieeffizienz zeigt, hohe Energierückgewinnung und ein sehr hohes Maß an Komfort, was die Luftqualität angeht. Dieses Gerät verfügt über einen Plattenwärmetauscher, EC-Ventilatoren und wird mit einem CO2-Sensor individuell gesteuert, sodass ich in dem Raum, in dem Aufstellraum, immer eine gleichbleibend hohe Luftqualität habe. Durch die sehr kompakte Bauweise ist es uns gelungen, alle Funktionalitäten wie Filter, Schalldämpfer, Ventilatoren und den Wärmetauscher hier auf sehr kleinem Bauraum unterzubringen. Darüber hinaus haben wir auch hier für diese Geräte ein entsprechendes Zubehörprogramm aufgelegt, mit verschiedensten Ausblasmöglichkeiten, sodass ich hier individuelle Anwendungen für jede Art von Raum darstellen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.